moin ich bin es mal wieder mit einem neuen video und heute zu einem weiteren unboxing video und zwar zu einem fpv sender um genau zu sein ist das der ischien tx 801 5,8 g 72 channel 0,01 milliwatt bis 600 milliwatt switched a v vtx fpv transmitter ja ein ich habe sogar den namen schon ein bisschen abgekürzt weil da noch die ganzen milliwatt angaben eingetragen wurden in dieser produkt bezeichnung ja das ist halt ein fpv sender mit relativ guter stärke halt wie gesagt fünf milliwatt bis 600 milliwatt dabei sei gesagt dass in deutschland nur mit 25 maximal 25 milliwatt geflogen werden darf beziehungsweise gesendet alles darüber hinaus ist natürlich verboten und werde ich natürlich auch nicht nutzen das kann man in diesem transmitter einstellen und ja ich würde hier einmal ganz kurz durch die produkteigenschaften dann gehen und wie schon gesagt brand name beziehungsweise hersteller name ischien dann produkt name tx 801 transmitter dann als antenne gehen da ist wohl auch wieder dieses die stärke die sendestärke 3dbi das ist so eine standard antenne natürlich die nicht so gut ist da würde ich eher was anderes empfehlen dann antenne connector ist ein rp sma also genau dieser anschluss den ich zum beispiel auch für so eine single pad antenne benutzen würde oder flat panel antenne das wäre dieser ohne diesen pinöpel der daraus guckt da ist halt nur so ein loch und das ist dieses rp sma so wieder scharf gemacht ja dann wo bin ich stehen geblieben die frequenzen 5325 bis 5945 megahertz dann gibt es 72 kanäle und dann eben diese transmitting power da mache ich über erzähle ich euch jetzt genau einmal 0,01 milliwatt dann 5 milliwatt dann 25 milliwatt dann leistet das teil 50 milliwatt über 100 milliwatt dann 200 milliwatt und 400 milliwatt und 600 milliwatt das alles switchable also man kann da halt variieren was für eine milliwatt stärke man haben möchte dann als videoformat ntsc und parl unterstützt das teil dann als wirken kewitt maximal 7 volt und 550 milliampere dann steht hier noch 12 volt bei 300 milliampere und 24 volt bei 160 milliampere dann steht da audio bandwidth bei 6,5 megahertz ich glaube das heißt wohl dass das teil auch audio überträgt dann video bandwidth bei 18 megahertz als audio carrier steht da 1 vp minus p 1 kilohertz und dann als af input impedenz 10 kilo ohm dann als working voltage 7 bis 24 volt wie schon oben steht oder beziehungsweise wie ich schon oben genannt hatte als zwischen 7 und 24 volt arbeitsspannung dann output voltage ist 5 volt dabei sei angemerkt dass ich schienen das hatte ich sogar selber auch schon festgestellt bei einem anderen schienen sender die 5 volt kommen nicht unbedingt sauber zum beispiel an einer fpv kamera an und die wird dann halt mit zu wenig spannung versorgt und funktioniert dann nicht also da muss man mal überprüfen ob da tatsächlich 5 volt rauskommt dann als gewicht 7,3 gramm sind angegeben und die größe 28 x 20 x 8 millimeter so weit von dem teil ich würde das jetzt einmal aufmachen aber zuvor gehe ich natürlich einmal durch die verpackung da sieht man hier vorne ja muss man sich den aufkleber hier weg denken tx 801 dann hier ich schien und dann 5,8 gigahertz 72 channels av transmitter also audio und video transmitter dann hier nix av transmitter hier wieder nix und hier wieder av transmitter und auf der seite nochmal die highlights von dem gerät features 0,01 mw bis 600 milliwatt adjustable dann 72 channels raceband mit mikrofon also das ist tatsächlich die besonderheit das ist nicht schlecht muss immer gucken wie ich das dann halt hinkriege dass tatsächlich aus sound übertragen wird ob das jetzt ganz so viel sinn macht weiß ich nicht weil man dann halt die ganze zeit hört dass das ding ja halt lärm macht ich bin jetzt kein profi der halt weiß wie sein copter reagiert aufgrund seines seiner geräuschentwicklung da fliegen wohl fpv profis halt auch mit audio weil die dann wissen wie das teil einfach reagiert und so weiter und so dann pit mode multi channel synchronisation dass not interview ist gut weiß ich nicht genau was das sein soll am boden mod glaube ich also dass das teil wohl nicht mit anderen sendern beziehungsweise empfängern irgendwie probleme macht hinter interferenzen generiert dann button control for easy operation und dann run screen display und heißt ability also mal gucken ob das tatsächlich dann sehr sehr stabil ist so und ich mache das time auf nebenbei bei banggood habe ich für das teil knappe 11 euro bezahlt und da hat man einmal eine farbige anleitung das ist schon mal schön und dann halt diese ganzen die arbeitsspannung dann die ganzen kanäle und bänder und so weiter das ist ganz gut und dann noch packungsinhalt und eben diese ganzen anschlüsse und natürlich wie man das teil dann eben benutzt wo nebenbei ich habe es natürlich schon mal aufgemacht um zu gucken ob da jetzt tatsächlich das teil drin ist ob da nichts fehlt und habe ich hier noch so ein adapter sondern so ein oder winkeladapter rein gesteckt habe ich separat noch mal dazu bestellt für die antenne natürlich dann am copter so dann haben wir hier einmal ein kabel welches dann natürlich an diesen sender angeschlossen wird dann eine eine antenne moment so eine standard stab antenne die sind wirklich nicht so gut aber für den einfach reichen die natürlich und dann halt der sender da hat man hier auch so ein display also beziehungsweise so eine anzeige da weiß man dann welcher kanal beziehungsweise welches band das ist und so weiter das ist ganz gut dann ein vernünftiger anschluss ich glaube der anschluss ist jetzt ein bisschen besser da haben sie optimiert offensichtlich da ist so ein wiederhaken und dann kann das teil nicht rausfliegen das ist sehr sehr gut finde ich mal sehr schön dass auch bei diesen relativ günstigen produkten jetzt auch noch optimiert wird von der verarbeitung her kann ich jetzt nichts negatives sagen das sieht so aus wie immer halt ne dafür sind die produkte natürlich auch relativ günstig dürfte den denke ich mal so den ein oder anderen absturz auch überleben beziehungsweise aushalten das teil aber ich habe halt auch schon festgestellt dass durch abstürze wenn die teile irgendwie zum beispiel mit kabel bindern festgemacht werden am copter dass das schon mal auch so ein sender ein bisschen leidet oder irgendwelche anschlüsse hier dann ein bisschen kaputt gehen und so soweit zu diesem sender ich hatte bisher jetzt auch ältere ischinen sender benutzt und bisher kann ich mich nicht beschweren eben man muss immer den preis im auge behalten die preise wie gesagt das ist meistens so um die zehn euro liegt das teil und also das reicht vollkommen aus für die leistung dann beziehungsweise eben der preis ist eigentlich ganz gut für die leistung die man dann erhält und bisher ist mir noch keine ausgefallen auch wenn ich jetzt gerade am anfang heute noch diverse abstürze hatte und so weiter was ich wahrscheinlich auch noch so ein bisschen ja hinziehen wird mit den ganzen abstürzen ähm jetzt vor kurzem hatte ich einen frontal absturz und da ist mir auch eigentlich gar nichts kaputt gegangen ja außer die kamera die halt oben drauf war die ist leider kaputt gegangen naja pech gehabt ähm ansonsten wer ist das erstmal zu diesem sender ähm falls ihr das video interessant findet dann würde ich mich freuen wenn ihr ein abo und einen daumen hoch da lassen würdet ansonsten bedanke mich für's zu sehen und sage tschüss 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 tschüss